In diesem Video wollen wir euch einmal kurz die Funktionen erklären, die ihr unter dem Reiter Mein Profil bearbeiten könnt. For all English viewers, you can switch on English subtitles on the gear wheel. Vorbereitung Um gewünschte Einstellungen vornehmen zu können, müsst ihr zunächst auf die ProLeaks Seite gehen und euch mit euren Daten anmelden. Nachdem ihr das erfolgreich gemacht habt, müsst ihr nun oben rechts auf das Zahnrad klicken. Dann könnt ihr verschiedene Reiter auswählen. Ihr klickt in diesem Fall logischerweise auf Profil bearbeiten. Reiter 1 Mein Pro In der ersten Spalte Mein Pro landet ihr zuerst. Dort könnt ihr unter anderem eure Origin-ID anpassen, eure Playstation-Network-ID, euren Discord Tag, eure aktuell gespielte Position, euer Geburtsdatum, eure Nationalität und eure Plattform PC oder Playstation. Ebenfalls könnt ihr entscheiden, ob ihr Benachrichtungen erhalten wollt oder nicht. Solltet ihr etwas geändert haben, müsst ihr auf Aktualisieren gehen. Wichtig zum Anmerken, euer Username kann nicht wirkürlich geändert werden, sondern es muss dazu Kontakt zu einem Admin oder einem Spielerratsmitglied hergestellt werden. Reiter 2 Avatar Im zweiten Reiter könnt ihr ein Profilbild, schräg schräg Avatar, von eurem PC hochladen. Reiter 3 Accountdaten bearbeiten In diesem Reiter könnt ihr euer aktuelles Passwort ändern, ein Usernamewechsel ist wie eben angemerkt alleine nicht möglich. Änderungen bitte mit Aktualisieren bestätigen. Reiter 4 Screenshots und Spielberechtigung In dem letzten Reiter könnt ihr eure Screenshots hochladen und einsehen. Wenn ihr wissen wollt, wie genau das zu machen ist, checkt doch unser Tutorial zu Screenshots ab. Das waren alle Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Bei weiteren Fragen stellt euch das Admin-Team oder der Spielerrat zur Seite.